Erstmal lockern wir mal ein bisschen den Mund, damit ich jetzt in 60 bis maximal 90 Sekunden einen neuen Passive Income Quickie vorstellen kann. Und zwar möchte ich dir heute etwas zum Thema Dropshipping erzählen. Dazu schmeiße ich jetzt meine Stoppuhr an, damit ich auch wirklich nur 60 bis 90 Sekunden dafür verwende. Und here we go. Was ist Dropshipping? Beim Dropshipping bewirbst du das Produkt eines Herstellers bei einer passenden Zielgruppe. Und wenn eine Person dieses Produkt kaufen möchte, generierst du eine automatische Bestellung beim Hersteller und dieser versendet das Produkt direkt zum Käufer. Das heißt, du bist nicht Besitzer der von dir beworbenen Ware, hast also keine Kosten dafür, das Produkt zu lagern oder das Produkt zu versenden, sondern deine Aufgabe besteht darin, eine passende Werbung für die passende Zielgruppe für dieses Produkt zu schalten und damit möglichst viele Verkäufe zu generieren. Das ist kurz und knapp das Prinzip des Dropshippings. Viele Produkte werden dabei zum Beispiel aus Asien bezogen, weil sie dort sehr günstig zu bekommen sind. Du kannst aber Dropshipping genauso mit regionalen Produkten aus dem Land deiner Wahl betreiben. So, geschafft. Eine Minute ist um. Wenn dich Dropshipping interessiert, du mehr darüber wissen möchtest oder dich weitere Strategien interessieren, um dir ein passives Einkommen aufzubauen, dann schau mal, ich habe dir hier mein Orientierungscoaching für passives Einkommen verlinkt und würde mich sehr freuen, wenn ich dir innerhalb von drei Wochen alle Strategien vorstellen darf, die es zum Aufbau von passiven Einkommen gibt, beziehungsweise die ich kenne und das sind eine ganze Menge und du danach ganz genau weißt, wo du ansetzen und einsteigen möchtest. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und schicke dir liebe Grüße.